Ich liebe Musikvideos, weil sie mir zeigen, wie ich den Song noch interpretieren kann. Wer oder was ist dein persönliches Paradise? Die Person, die ich liebe. Wie kann man dich so richtig provozieren? Kann ich Justin fragen? Justin ist sehr stark. Tag ohne Essen, Laune ist so. Was war dein Highlight heute? Heute? Das Baguette im ICE. Duett mit Helene Fischer oder Herbert Grönemeyer? Herbert Grönemeyer. Welche heimlichen Fähigkeiten hast du? Ich kann kochen. Wonach riecht es in deiner Bude? Nach super leckerer Pasta oder raumerfrischer. Wofür hast du dich zuletzt geschämt? Ich war bowlen mit meinen Jungs und dann ist mir so ein 0,5 Cola Glas einfach aus der Hand gefallen und um mich herum saßen voll viele Leute. Danach sind wir an den Boxautomaten gegangen und dann habe ich komplett daneben geboxt und habe mir meinen Daumen dabei irgendwie kaputt gemacht. Mit wem würdest du gerne mal tauschen? Mit keinem. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Deine Reaktion als Paradise Gold Status erreicht hat? Bis zum nächsten Mal. Hopp. Bis zum nächsten Mal. projected Ioje